Gucken wir mal, vielleicht finden wir da oben trotzdem irgendwas Tolles. Nein, ich habe einfach eine bessere Idee. Ja, hier gehe ich nicht hin, sondern zack, zack, zack. So, guck mal, das ist Viech. Das ist aber nicht nett, falls ihr das denkt. Das greift einen an. Und ich werde mich hier reinbauen. Hier mache ich jetzt eine kleine Höhle. Kann man aus dem Zeug auch eine Schere machen? Nein, kann man nicht, okay. Dann muss ich irgendwann nochmal in die normale Welt und mir... Ah, hat man gerade gesehen. Das Holy Stone kann auch manchmal Ambrosium mit droppen, wenn man das abbaut. Finde ich ganz nice. So, ich habe schon wieder Hunger. Ich könnte jetzt mal so eine Blaubeerge essen und dann gucken. Ja. Ja, die bringen mal so brutal viel. So. Hier kann auch, dass sie einen Ofen bauen. Ich weiß aber nicht genau, wie das geht. Ich habe mich hier noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Oh, das war mal eine Spitzhacke. Machen wir die Holzspitzhacke noch kurz kaputt. Ähm, so. Jetzt sehen wir noch die normale Spitzhacke mal. Das hat schon wieder Ambrosium getroppt. So. La, 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 la. Ich muss ja auch gucken, dass ich... Vielleicht kriege ich ja hier irgendwie ein Bett oder so. Da habe ich ja aber im normalen Let's Play schon Probleme damit gehabt. Da gehen wir auch gleich rein. So, jetzt hier ist die Mitte, glaube ich. Jetzt mache ich hier die Workbench hin. Und dann noch ein paar Stickys. Und dann baue ich mir hier mit mal eine Zanitspitzhacke. Spitzhacke, ja. Und wie geht dann nochmal so ein komischer Ofen? Ich weiß es nicht mehr. So oder so oder... Ich glaube, das geht mit so einem Zeug. Ah, ein Altar. Und was macht der? Enchanter. Wenn ich jetzt hier sowas rein mache und dann da drüber. So. Hä? Was enchantet, ist danach egal. Ähm. Auf jeden Fall wird es mit Ambrosium betrieben. Also, ja. So. Da haben wir noch ein paar Fackeln mit. Und diese Boss-Mobs bekämpft man... Den Boss-Mob bekämpft man mit einer Spitzhacke. Das weiß ich auch. So. Und da mache ich mir jetzt gleich mal ein paar. So. Das müsste jetzt eigentlich reichen. So. Vielleicht nach zu futtern wäre nicht schlecht. Na, ich... immer noch wozu das hier jetzt ist. Äh. Äh. Warten wir einfach mal kurz, bis es geschmolzen ist. Healing-Stone. Äh. Achso. Das tut einfach regenerieren. Ah, das ist cool. Ich glaube, so irgendwie... Was kann man so jetzt machen? Na, kann ich ja mal gucken. Aber da... Ich glaube, so... Ich glaube, so... Hier und da brauche ich noch mal eine Türe. Das muss man schrumm sagen, so. Auch Healing-Stone. Ah, okay. Ähm... Ja. Ich... Da brauche ich noch eine Kiste. Habe ich gerade beschlossen. So, 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 so. Kiste. Und da mache ich jetzt irgendwas Zeug rein, wie das, 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 das... Ne, das nehme ich. Na, ein bisschen was mit. So. Und das und das und das. Ich weg. Hier fülle ich noch ein bisschen was nach. Und dann, ja, das war Sky. Probier ich einfach mal, ähm, den Bossgegner zu besiegen. So. Ah. Agility Cape. Okay. Hey, ich habe ein Cape. Ich bin Superman. Okay, ich... Da hinten geht es zum Bossgegner. Ich werde noch die Kiste hier ausführen. Ich glaube, das... Ein Zanitschaufel und... Was bringt das Zeug? Ach, keine Ahnung, ich brauche einfach mal was ab. So, äh... Ja, und ich verzeihe, wir gehen jetzt einfach mal... Nicht zum Bossgegner, weil es hier nochmal links abgeht. Und ist das eine böse... Ja, das ist eine böse Tour. Ich weiß nicht, ob sie tötet. Ich glaube, die muss man mit einem Schwert töten. Vielleicht hätte ich mir da ja mal eins machen sollen. Egal. So. Und die droppt eine Kiste. Die Kiste. Kommt da eine Kiste. So. Und wir sind hier. Und dann schlagen wir uns. Huch. Aber Moment. Das ist immer so... Uff. Warte. Ja. Ähm. Hm. Hm. Das war schon... Bisschen... Ja. Äh... Äh... Okay. Ich weiß nicht genau, aber... Ich glaube, man muss da immer so komisch so... Gegenüber sein. Also, ich kann es jetzt hier mal kurz demonstrieren. So. Hier ist der komische Klotz. Und hier bin ich. Da muss ich gucken, dass ich immer so über Eck mit ihm bin. Dann ihn immer so schlag. Da hat man auch schon den Portal-Sound. Hier ist das Schwert. Nein. Okay. Die Itemste nie weg. Damit. So. Und erneut. Und... Momentar angeht nicht. Okay. So. Ähm. Gertig-Modus. Wo war das denn noch mal? Äh. Hier waren die komischen Schafe. Oh. Da ist ein Lilianes Schaf. Ah ja. Hier war es. Hier war es. So. Da ist jetzt schon wieder so eine Kiste. Okay. Jetzt habe ich hier schon drei... Drei von den großen Heilsteinen. Ich gehe jetzt einfach rein und gucke mal, ob die Kisten... Okay, hier ist aber nichts mehr drin. Ähm. Ah, da liegen sogar noch meine Items. Hallo, du Bogen. Ja.